Magnesium-Mangel-Syndrom. Magnesium-Mangel-Syndrom ist die Bezeichnung für ein Syndrom, das also verschiedene Symptome hat, die scheinbar nicht wirklich zusammenhängen, aber doch eine Ursache haben. Das Magnesium-Mangel-Syndrom wird in der Medizin unterschiedlich diskutiert. Manche sagen, dass bei normaler Ernährung ein Magnesium-Mangel-Syndrom nicht vorkommt. Andere wiederum sagen, dass ein Magnesium-Mangel-Syndrom für eine Reihe von Beschwerden verantwortlich ist. Wissenschaftlich ist es nicht geklärt, ob es überhaupt so etwas gibt wie ein Magnesium-Mangel-Syndrom. Magnesium-Mangel-Syndrom wird von den Befürwortern der Existenz des Magnesium-Mangel-Syndroms wie folgt beschrieben. Es gibt häufige Krämpfe, zum Beispiel an den Füßen, an den Unterschenkeln, an den Händen oder auch an den Kaumuskeln. Des Weiteren gibt es Unruhe, innere Unruhe, Angstzustände. Magnesium-Mangel-Syndrom kann sich dann auch darin äußern, dass ein Mensch sich nicht entspannen kann und Schlafstörungen hat. Das Magnesium-Mangel-Syndrom kann verschiedene Ursachen haben. Es kann zum Beispiel Störungen geben des Flüssigkeits- und Elektrolythaushalts und das führt dann dazu, dass die Elektrolyte wie Calcium und Magnesium verloren geht. Danach ist das Muskelwebe leicht erregbar und es entsteht eine erhöhte Krampfbereitschaft. Es gibt auch verschiedene Gefäßerkrankungen, Nervenerkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, die auch zu einer Störung führen kann. Und die können zu Wadenkrämpfen führen und die können auch wiederum durch Magnesiummangel erzeugt sein. Magnesium-Mangel-Syndrom betrifft aber nicht nur die Wadenkrämpfe. Schwierig ist, dass das Magnesium-Mangel-Syndrom schwer diagnostizierbar ist. Manche sprechen deshalb auch von einem Mythos. Ein Magnesium-Mangel ist schwer festzustellen, denn der Magnesium-Gehalt im Blut kann normal sein und trotzdem könnte eventuell in Muskeln oder einem Organsystem ein Magnesium-Mangel vorherrschen. Es gibt verschiedene Ursachen für Magnesium-Mangel, zum Beispiel starkes Schwitzen, zum Beispiel in den Sommermonaten, Mangelndes Trinken oder eben auch eine Stoffwechselerkrankung. Es kann auch sein, dass der betreffende Entwässerungsmittel zu sich nimmt oder Abführmittel. Und auch das kann dazu führen, dass erhöhte Ausscheidung von Körpersalzen stattfindet. Auch jemand, der Durchfall oder Erbrechen über einen längeren Zeitraum hat, kann einen Magnesium-Mangel haben. Oder auch wer sich einseitig ernährt, lange hungert oder auch Diäten macht, die zu lange dauern. Auch ein Alkoholmissbrauch über längere Zeit könnte zu Magnesium-Mangel-Syndrom führen. Magnesium-Mangel-Syndrom kann natürlich leicht behoben werden und vermutlich ist die einfachste Weise, festzustellen, ob man Magnesium-Mangel-Syndrom hat, eine Woche lang mein Magnesium-Präparat zu sich zu nehmen und festzustellen, hilft das oder nicht. Im Zweifelsfall ist es natürlich wichtig, das mit einem Arzt oder Heilpraktiker zu besprechen. Manche sagen, dass die Wirkung von Magnesium-Präparaten letztlich nur ein Placebo-Effekt ist. Aber wenn das hilft, die in gewissem Maße eine Magnesium-Tablette oder Magnesium-Kautablette oder auch Magnesium-Brause-Tablette zu sich zu nehmen, über eine Woche, ist ja nichts Schädliches. Und ein Übermaß an Magnesium kann ja schnell wieder abgebaut werden. Und so könnte man feststellen, vielleicht ist es nachher ein Placebo-Effekt, vielleicht hilft es wirklich. Wenn es hilft, ist es ja gut. Vielen Dank.